Hallo Leute, es war mein Zelf und ich soll noch so ein weiteres Let's Play! Und hier ist der Chobani-Member wieder dabei und der... So. Ich fuhre mal hier weiter. Ja, das ist jetzt mein erstes Let's Play. Aber das ist nun mein zweiter Server, den habe ich schon gemacht. Ja, und wie ihr seht, bin ich, ja, hier gut ausgestattet. Nun muss ich mal in den Game-Mode. So, in den Game-Mode einzuhalten. Dann holen wir uns mal ein paar Fackeln. Da machen wir mal ein bisschen Licht hier. So. Gehen wir wieder zurück. Und so. So. Ja. Ähm, ich lege euch den Link. Ich habe jetzt auch einen Online-Server. Ich gebe euch den Link. Vielleicht noch raus. Wenn ich schaffe heute noch. Ja. Und schau mal. Was ist hier? Ne. Nein. Okay. Gehen wir hier hoch. Ja, warte. Wir müssen mal kurz in die Wüste, um den Sand zu holen. Nein. Haben wir überhaupt noch. Ne, müssen wir euch noch formen, warte. Na, kommt wieder so ein Mini-Zombie, war klar. So. So. Wir müssen uns mal kurz raus. Ne, ist halt mal kurz mal kurz raus. Ne, ist halt mal kurz mein ganzes Baumhaus. Wie ihr seht... habt ihr ja schon vorhin gesehen, da... dass ich da hochgegangen bin. Ja, das hat mein Baumhaus. Auf, mal weiter. Warte. Und da... Fels mit dem Bauhaus. Ja. Ich bin immer ein bisschen näher dran. Wie ihr seht, haben wir hier jetzt schon mal Sand. Und wenn ihr ein bisschen Bock drauf habt, wenn ihr Minecraft habt auf dem PC, dann geht mal einfach mal, wenn ihr den Cronx-Server habt, den Online-Server, geht einfach mal da rein. Und dann findet ihr mich. Ja. Und GOMM-HD-Server ist auch gut. Der Online-Server. Ihr könnt den jetzt auch rein. Ja. Und ja. Ja, ich hab denselbe schon bei Dingen gespielt. Und der ist eigentlich ganz okay. Das müssen wir noch hier. Warte. Ich bin ein bisschen in der Kälte. Das hört man, glaube ich, von der Stimme. Deswegen spreche ich gerade zu leise. Es ist gerade 14 Uhr, glaube ich. Und da ist ich ne Spinne. So, wir laufen jetzt mal wieder zurück. Und da ist ich ne Spinne. Kohle. Komm mal ins Zimmer, glatt Kohle. Komm mal ins Zimmer, glatt Kohle. Und Einnahmen auch gefunden hier. So. Ist eigentlich cool, wenn man schon alles weggesprengt hat. Und da ist schon wieder ein Zombie drin. War klar. Ah, zwei Spinnen, alter. Ja. Und manche sagen einfach. Ja, warum machst du keine Let's Plays mehr? Ja, die manchen halt. Bei meinen anderen Videos. von meinem Bruder. Ja. Und da haben die halt gesagt, dass ich nicht so viel spielen soll. So viele Let's Plays machen, dass ich mir Let's Plays machen soll. Und das werde ich jetzt auch machen. Das sieht ihr ja grad. Ich drehe die erste Folge jetzt nur mit denen hier. Die erste Folge. Und dann könnt ihr, dann mach ich einfach die anderen hintereinander dann. Ja, dann tun wir das mal weg. Okay. Wir haben 62 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Tun wir mal ein paar Branden. Hier mal kurz an die Matte. Hier. Tun wir mal fünf da rein. Fünf. Das ist jetzt mal reichen. Und. Im Ofen können wir gleich bauen. Warte. Müssen wir einfach kurz hoch. Warte. Schau mal, ob wir da was haben. War da was drin? Nein. War da nur Karotten. Das ist jetzt blöd. Na, hier war's drin. Haben wir hier was drin? Na. 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 Na, na. Da war's. Na. Na. das und er hat auf dem war da rein so So. Oh mein Gott. So. Ne. Warte, ich brauche genau ins Deck. Damit ich nicht immer hoch und hoch runterlaufen muss. Okay, wir haben jetzt genau ins Deck und eins. Sachen mit einem. Damit noch mal wieder, damit die Feinde nicht kommen können. Ja.